Hey Leute, in diesem Video fährst du mal, wie man in Excel eigentlich eine Dropdown-Liste erstellen kann und somit auch eine Mehrfachauswahl und ein Auswahlfeld richtig einfügen kann. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich hab vor mir als Beispiel mal eine Einkaufsliste liegen und hier möchte ich jetzt ein Dropdown-Menü dementsprechend erstellen, dass ich zum Beispiel hier hinten Getränke, Fleisch und auch Süßes auswählen kann, dass ich mich beim Einkaufen später einfach besser zurecht finde. Zuerst mal muss ich mir die sogenannte Datenbasis erstellen. Hierfür hier unten einmal auf das Plus klicken, um ein neues Blatt zu erstellen, anschließend einen Doppelklick, damit ich es mir für eine bessere Übersicht gleich einmal in Kategorien umbenennen kann und dann kann ich nämlich hier oben in meine Zellen auch schon das dementsprechende reinschreiben, was anschließend bei meinem Dropdown-Menü auch angezeigt werden soll. Bei mir wäre das jetzt zum einen Getränke, Fleisch und auch Süßes. Wenn wir das haben, kann ich mal zu meiner Einkaufsliste zurückgehen, anschließend gehe ich einmal in die erste Zelle hinein, wo anschließend auch mein Dropdown-Menü erscheinen soll, muss danach hier oben bei Daten draufklicken, anschließend rechts rüber zur Datenüberprüfung und jetzt muss ich bei Zulassen einmal noch hinklicken, da steht bisher noch jeder Wert drin, das möchte ich nicht haben. Hier möchte ich nämlich Liste auswählen, dann können wir auch schon sehen, Zellen-Dropdown, das passt soweit und ich muss natürlich auch noch meine Quelle auswählen. Hierfür einfach mal auf dem Pfeil nach oben noch draufklicken. Im nächsten Schritt gehe ich mal wieder zu meinen Kategorien rüber. Hier klicke ich auf meine erste Zelle drauf, halte meine Maustaste gedrückt und kann jetzt nämlich auch die zwei weiteren Zellen noch auswählen und nun ist nämlich meine Datenüberprüfung hier auch schon richtig befüllt. Anschließend muss ich das Ganze mit dem rechten Symbol wieder bestätigen. Hier ist auch alles richtig eingefügt, wie es sein soll und ich kann mal hier unten noch auf OK klicken. Wir sehen sofort, dass rechts neben der Zelle schon das kleine Dreieck erscheint. Wenn ich da draufklicke, kann ich dementsprechend auch schon die richtige Kategorie auswählen, aber ich möchte zuvor das Ganze natürlich auch hier unten drunter noch haben, weswegen ich in der Zelle einmal rechts unten hingehe, bis dieses kleine Kreuz erscheint. Mit gedrückter Maustaste wieder nach unten ziehen und jetzt ist es nämlich vollkommen egal, in welche Zelle ich hier hinein klicke. Ich kann die ganze Zeit meine Kategorien dementsprechend auswählen, so wie ich es natürlich auch haben möchte. Und somit haben wir jetzt auch schon ein Dropdown-Menü in Excel fachgerecht eingestellt. Wenn du dir übrigens das derzeit beliebteste PC-Zubehör im Internet einmal anschauen und vielleicht auch etwas davon zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon, zu den beliebtesten PC-Zubehör-Produkten. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.